Musik 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 Ja, ok. Eben, ein Spiel ist auf dem Server. Hitty 1945. Hä? Kannst du den? Ja. Ja. Oder ist das vielleicht diese Bilderin? Oder ich weiß nicht, wie Ingen heißt. Fresse, du Hupensohn. Letztlich, du bist schon der zweite Account von gestern. Ah, deine Mutter. Das hat null. Wie heißt der Chip nochmal? Cool. Ähm. Kommt gewartet. Hm. Hä? 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 Äh hä? 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 Warte, schreib mal nicht. Ich verarsche ihn jetzt mal. Alles klar. Ja. Wer? Der ist echt so ehrenlos, Alter. Herr Lox, ihr beide Jugendkinder. Ey, ihr Ella spielt, aber da ist ein Game Mode, okay? Ja, warte, oder? Oh Mann, hast du die Permissions für I control you? Das impfst du, oder was? Nein, nein. Warte, ich versuch ein Wort. Warte, warte, ihr müsst raus. Der ist so lustig. Ich geh' nach bei diesem Lübschlein. Ich geh' nach oben. Ich geh' nach oben. Ich geh' nach oben. Wie kann ich nicht... Ich kann nicht den Vater, ich muss aus dem Shop machen. Vorwärts. Geil! Ey, wir gehen Game Mode, okay? Ja. Geil! Ich geh' nach oben. Warte, was bist du? Warte. Ja, ich glaub' der... Ja, der hat... Oder? Ich weiß nicht. Warte, ich lass' das kurz. Aber ich glaub' der hat Hex drin. Ja, der soll auf E-Cake... Ja, der soll auf E-Cake... Komm, wir gehen... Warte, komm schnell auf E-Cake, ja? Ja. Okay, dann... Ja. Ich geh' nach oben. User disconnected. Connected. User was moved out of your channel switched. Okay, warte, ich muss mich noch ganz kurz umbenennen, Alter. Warum? Ja, keine Ahnung. Ey, kann ich nicht mal rein. Nein, weil das ist, weil ich den Typen verarschen wollte und er wusste halt nicht, wer ich bin. So. So. E-Cake. Okay, ich glaub' der kommt dann auf den Teamspeak. Oh, ja, der Start, der Start, move den. Hey, wake up. So, okay. Ja, er meint, er benötigt Support. So, ich move den mal. User was moved to your channel. So, was... Hände an den Kopf. Was los bei dir? Wat... Wat willst du jetzt raus? Lass mich, gib mir OP, also ich muss sein sammeln können. Echt? Wir gehen BM raus. Keine Möcke, Alter. Alter? Schwul, oder was? Hä, hast du was gegen Schwule? Bist du mehr? Ich bin schwul, Alter. Ja, ich bin schwul, das ist richtig. Ich bin schwul, ich bin schwul. Ich bin schwul, ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ja, ich bin schwul. Alter, du schwul. Guck mal, guck mal, guck mal, das Ding ist, er ist sogar mit Hacks schlecht. Was ist das denn? Ach, komm, Alter, easy. Alter, du bist so easy, ne? Ohne Witz. Wie kann man so schlecht sein? Du bist im Gamer und er kann es gar nicht schlagen bevor. Ich weiß nicht, warum du Gummibärchen magst. Kanacken sind halt scheiße, ne? Ja, ja, stimmt. Du hörst dich aber auch so an wie in Circa, also. Kannacken sind halt dumm. Ja. Jetzt machst du einen die Kehrer an. Oh, er ist so dumm, er nennt sich selber Kanacka, ne? Ja, er ist nicht schwul, also. Ja, ja, ich bin schwul und Kanacka, also. Ja, lieber auch noch dazu, also. Alter Jude ist er auch, ne? Ja, Jude bin ich auch, ja. Junge, ja, vor allem. Ey, wie viele Leute waren auf den Servers? Ey, wir sind der sechste. Ja, das kann auch sein, ja. Hey, du hast so'n scheiß Anti-Cheat, ne? Das ist schlecht, Alter. Echt? Doch, was willst du eigentlich? Das kann ich auch manuell behandeln, Alter, das hat kein Problem. Der Server besser, du Lappen. Der hat einen Stein skinnet. Nee, was willst du? Er hat die Schnauze, ich hab dich nicht gefragt, Alter. Ich stell dir die Fragen. Was willst du? Ich stell dir die Fragen. Juck mich den Scheißdreck, Alter, ey. Wie ist, wie ist das hier, Alter? Wie ist, wie ist das hier, Alter? Wie ist das hier, Alter? Wie ist das hier, wie ist das hier? Kann der gewann nicht. Komm, privat tut, Alter. Ich mach keine Mutter danach, du bist du da unten… Ja. Er weiß nicht, was privat tut, ist. Ja. Du kannst die Kinder, Alter. Ah, du Lappen, komm, selbst nicht raus, du Kanacka, Alter. Komm doch! Das bist du eigentlich, Alter. Komplett schwul. Ja. Guter, Alter. Warst du gegen Schwulig? Ja, du bist ja schwul, deswegen habe ich das Wollt doch die Frisse, Mann Das ist so dumm, du Kind, halt Also, weißt du, was noch lustig ist? Ja, das ist dumm, du weißt ja schon Nein, die Aufnahme ist echt geil geworden mit dir, ne Also, die Aufnahme ist echt geil geworden, muss ich sagen Aufnahme, alles klar, ne Junge, du weißt nicht mal, wie man aufnehmen kann Ja, stimmt, ja, nee Dafür bin ich viel zu dumm, hast du recht Ja, genau, genau Ja, klar, kannst du machen Du kriegst halt einen Strike, ne Ja, hab ich kein Problem mit Ja, okay, dann lad's hoch Also, ich wohne in Leverkusen Das ist eine Klinik, die bekommen dauernd Strikes, Alter Ja Ja Willst du keine Klinik haben? Kein Internet? Ja Ja, ist mir eigentlich egal, also Ja Da kannst du bei dir das nur in Leverkusen Kann ich gerne machen Also, so in den nächsten 20 Minuten ist der Internet weg Ja Also, ich würde mal sagen, bis gleich Ich muss kurz nur ein Bruder holen, ja Ja, klar Okay Du kannst dann ja wieder auf TS kommen, ne Ja, ich würde mal sagen, bis gleich Du kannst du mal in Leverkusen So, what you tried to do to me It's like we can't stop, we're enemies But we get along when I'm inside you Yeah You're like a jerk that's killing me I'd cut you out entirely But I guess I'm high when I'm inside you Yeah, you can start over You can run free You can find other fish in the sea Yeah, you can reach me Ja, ich auch, Digga Die Aufnahme ist so geil Pass auf, Digga Ich hab das Gespräch von Anfang bis Ende drauf, Alter Und wenn du gleich reinkommst, ne Ich D-Lost denn erstmal Äh, D-Lost, ich mal den erstmal Den Worte lassen, Mann, lass mal Okay Aber der, der wird mich eh nicht D-Lost, ne Äh, D-Lost, ich mal den Äh, D-Lost, ich mal den Und wenn du gleich reinkommst, ne